Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen der Wertinitiative begrüße ich Sie zu unserer sechsten Veranstaltung der Reihe 360 Grad Gefährdungen für das jüdische Leben in Deutschland und Gefahren für die freiheitliche Demokratie. Unser Ziel ist damit zu zeigen, wie eng verbunden eine jüdische Zukunft in diesem Land mit einer lebendigen, pluralen, aber auch wehrhaften Demokratie ist und wie sehr diese von einem funktionierenden Rechtsstaat abhängig ist, der sie schützt. Diese Diskussionsrunde zum Thema Desinformation führen wir in Kooperation mit dem Institute for Strategic Dialogue Germany durch. Liebes ISD, vielen Dank für die Kooperation. Desinformation, ja, mindestens einen Applaus, mindestens einen Wert. Desinformation, häufig auch mit dem Begriff Fake News geprägt und alles, was daran hängt, ist heute eine der größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Nicht nur für den gesellschaftlichen Frieden, sondern, wie wir aktuell am Beispiel der Ukraine beobachten können, auch für den tatsächlichen Frieden. Hieran sieht man, wie sich zum Beispiel Putin über langfristig angelegte Desinformationskampagnen die Zustimmung in der eigenen Bevölkerung zu seinem Angriffskrieg sicherte. Bei aller Akzeptanz der freien Meinungsäußerung, wie auch der Anerkennung, dass Menschen, Gruppen, Gesellschaften und Länder ihre eigenen Wahrnehmungen und damit auch subjektive Wahrheiten haben, so müssen sich diese aber an realen, objektiven Fakten messen lassen. Als Jüdinnen und Juden sind wir wahrscheinlich die gesellschaftliche Gruppe, die von Desinformationskampagnen am häufigsten ins Visier genommen wird und für die das historisch gesehen die tödlichsten Folgen hatte. Antisemitische Verschwörungstheorien sind oft Bestandteil von Desinformationskampagnen. Von antisemitischen Gerüchten über Juden bis hin zu stark verzerrten Darstellungen des Staates Israels, die fernab aller Realität sind. Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass wir wieder ein hochrangiges Panel zusammenstellen durften, was uns und allen, die dabei sind, hoffentlich im Umgang mit Desinformationen neue Einsichten ermöglichen wird. Der angekündigte Herr Gensing ist leider gestern Abend erkrankt und kann daher nicht dabei sein. Statt seiner, aber mindestens ebenbürtig als Besetzung, danke ich Frau Julia Smirnova für ihre spontane Zusage. Und damit gebe ich das Wort an Hubertia von Voss, die Executive Director des ISD. Wir, die Werteinitiative und das Institute for Strategic Dialogue, freuen uns, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam mit den Panelisten quasi die Temperatur zu nehmen. Wie steht es um unsere Demokratie im digitalen Zeitalter? Wie bauen wir ein inklusives, gemeinwohlorientiertes Internet, das unseren Grundwerten entspricht? Am Ende des Totalitarismus stand ein Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hält die digitale Öffentlichkeit dieses Versprechen ein? Sind Hassrede, Desinformationen und Verschwörungsmythen notwendige Begleiterscheinungen der Meinungsfreiheit? Und was wollen wir priorisieren? Den Schutz der Menschenrechte oder den Schutz der Geschäftsmodelle digitaler Anbieter? Der internationale Think-and-Do-Tank ISD, den ich in Deutschland vertrete, untersucht seit mehr als 15 Jahren, wie sich hybride Demokratiegefahren auf den Zustand unserer Gesellschaften auswirken. Welche staatlichen und nicht staatlichen Akteure gezielt ausgewählte Personengruppen ins Visier nehmen und welche Handlungsoptionen wir haben. Lassen Sie mich das bedrohliche Ausmaß an digitalem Antisemitismus herausgreifen. Wir haben in einer Vergleichsstudie untersucht, wie sich Online-Antisemitismus in Deutschland und Frankreich zwischen 2020 und 2021 entwickelt hat. Bei unseren Nachbarn ist er ums Siebenfache gestiegen, bei uns ums Dreizehnfache. Die Daten liegen also vor, nun muss die Bundesregierung nachhaltig handeln. Mit Zustimmung der Werteinitiative dürfen wir die heutige Veranstaltung nutzen, um Ihnen den Leitfaden Stoppt Antisemitismus jetzt vorzustellen, der den Schutz jüdischer Menschen und Institutionen gegen Online-Bedrohungen verbessern soll, hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Wir danken dem Innenministerium und der Organisation Bnei Briss, auch der Werteinitiative für ihre Expertise. Antisemitismus im Internet ist sowohl ein auffälliges als auch ein sehr schwer fassbares Phänomen. Die Erscheinungsformen von Antisemitismus sind vielfältig, manchmal offensichtlich, oft aber subtil und in verschlüsselte Sprache verpackt. Wie andere Formen ethnischer und religiöser Diskriminierung breitet sich der Online-Antisemitismus insbesondere in kaum moderierten Imageboards und halb privaten Messenger-Diensten aus. Jedoch sind antisemitische Inhalte auch weiterhin auf großen sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, TikTok und Twitter zu finden. Pia Lamberti kann insbesondere dazu viel sagen. Obwohl zumindest explizite Formen von Antisemitismus häufig gegen die Nutzungsbedingungen von Tech-Unternehmen verstoßen und nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz entfernt werden müssten, gibt es große Lücken bei der Umsetzung der sogenannten Gemeinschaftsstandards. Und wir hoffen, dass hier die Bundesregierung aktiv wird. Subtile Reformen des Antisemitismus wie bewusst verschlüsselte Sprache und Verschwörungsmythen werden noch weniger erkannt und entfernt. Hier müssen wir die Moderatoren der Plattformen dringend schulen. Jüdische Organisationen haben immer wieder vor antisemitischer Online-Radikalisierung gewarnt. Und wir sind froh, dass die Werteinitiative ihre Netzwerke nutzt, um das Thema höher auf die politische Agenda zu heben. Und wir hoffen, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation Ihnen helfen können, dass dies auch nachhaltig ist und vor allen Dingen auch zu mehr Investitionen in den Bereich führt. Es gibt also viel zu tun, es gibt auch viel zu diskutieren. Und damit übergebe ich an unsere Moderatorin Carolin Schwarz, die selbst im Bereich Rechtsextremismus viel geforscht hat und zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen ist. Und ich freue mich, dass meine Kollegin Julia Smirnova, die für uns, also ASD Deutschland in London arbeitet, heute die Lücke erfüllen konnte. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Diskussion. Auch ich begrüße Sie zur heutigen Diskussionsrunde in der Veranstaltungsreihe 360 Grad Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland und Gefahren für die freiheitliche Demokratie. Dieses Mal unter dem Titel Alternative Fakten, der Anfang vom Ende der Demokratie. Also relativ leichtes Thema. Ich begrüße zu meiner Rechten Rita Schwarzelöhr-Sutter, die seit Dezember 2021 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium des Inneren ist. Sie ist studierte Betriebswirtin und war zuvor von 2013 bis 2021 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Und seit 2005 ist sie mit einer Pause von einem Jahr für die SPD im Bundestag. Zu meiner Linken sitzt Benjamin Strasser, auch seit Dezember 2021 parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium. Er ist Rechtsanwalt und sitzt seit 2017 im Bundestag, war auch ordentliches Mitglied und Obmann im Innenausschuss der FDP-Fraktion, für die FDP-Fraktion und hat die FDP auch im AMRI-Untersuchungsausschuss vertreten. Dann ganz links, ihr rechts, Pia Lamberti, die gemeinsam mit Josef Hollenburger Geschäftsführerin bei CEMAS ist und forscht als Psychologin seit Jahren dazu, warum Menschen an Verschwörungsideologien glauben und welche Konsequenzen das Ganze mit sich bringt. Sie hat geforscht an Universitäten in Deutschland und Israel und diverse Bücher mit Katharina Nohkuhn verfasst. Eins davon auf jeden Fall auf der Spiegel-Bestsellerliste und eins kommt in diesem Jahr noch raus. Und dann zu meiner Rechten, ihrer Linken, Julia Smirnova, die nicht Patrick Gensing ist, das haben wir gerade schon gehört. Sie hat einen Master in Conflict, Security and Development und ist Analystin beim ISD, dem Institute for Strategic Dialogue, wie wir gerade schon gehört haben und beschäftigt sich dort unter anderem mit Desinformationen, Verschwörungsideologien, extremistischen Ideologien und sie hat als freie Journalistin unter anderem für die Zeit und den Spiegel gearbeitet und war als Korrespondentin für die Welt in Moskau. So, hochkarätig, wie Sie sehen, ich will direkt bei Frau Smirnova anfangen und zwar einfach mit einer einleitenden Frage zum Thema Wie können wir Desinformation beschreiben, vielleicht auch abgrenzen, wie lässt sich Desinformation definieren? Desinformation ist eine absichtliche Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen Und diese Absicht der Täuschung unterscheidet Desinformationen von Misinformationen. Das ist die Verbreitung von falschen Informationen ohne diese Absicht. Zum Beispiel ein klarer Fall von Desinformationen ist es, wenn russische Staatsmedien wenige Tage vor dem Beginn des Angriffskritts auf die Ukraine Dutzende Behauptungen verbreiten, dass die Ukraine einen Angriff auf Zivilisten im Donbass plant. Das ist falsch und hier gibt es eine klare Absicht und ein Ziel. Oder zum Beispiel, wenn Lügen falschen Informationen über eine Politikerin oder eine Politiker ganz bewusst in die Welt gesetzt werden, haben wir es mit Desinformationen zu tun. Es gibt auch einen weiteren Begriff, der in diesem Kontext oft genutzt wird und nützlich ist es Informationsmanipulation. Und der ist etwas breiter und umfasst auch bestimmte Verhalten, wie zum Beispiel Anliegen von falschen Identitäten oder Verbreitung von manipulierten Bildern. Dankeschön. Und dazu vielleicht noch zur Ergänzung, Pia Lamberti. Vielleicht können Sie uns erklären, wie sich dann Desinformationen auch von Verschwörungserzählungen abgrenzen lassen und wie diese beiden Phänomene vielleicht auch zusammenhängen. Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, also bei Desinformationen, Falschinformationen, da geht es ja um den Wahrheitswert. Also stimmt was, stimmt was nicht. Wenn wir von Verschwörungserzählungen sprechen, geht es um die Annahme, die da oben hätten, einen geheimen Plan der Gesellschaft zu schaden. Da geht, also wir haben es quasi mit einer Art von Vorurteil zu tun. Das würde ich zumindest aus einer psychologischen Perspektive so einordnen, dass eben alle die, die als mächtig markiert werden, es geht nicht nur um echte Macht, dass denen mit Argwohn, Hass, Ablehnung begegnet wird. Desinformation hat häufig Elemente von Verschwörungserzählungen. Die sind nicht immer komplett ausbuchstabiert. Oft ist es so ein Raunen oder was, was andockt. Ja, die haben ja was gemacht, irgendwie im medizinischen Bereich. Die wollten ja Geld verdienen. Das ist nicht ausbuchstabiert, geht in die Richtung Desinformation kann aber auch ohne Verschwörungserzählungen auskommen. Dementsprechend finde ich es schon wichtig, das zu differenzieren. Aus einer psychologischen Perspektive gibt es auch unterschiedliche Erklärungen, warum Menschen falsche Dinge tun. Das passiert uns allen. Wir haben alle Momente gehabt, wo wir dachten, oh mein Gott, was habe ich denn dir geglaubt. Passiert mir bei Buchrecherchen immer mal wieder, dass ich das merke, tatsächlich. Und da gibt es dann so Gehirnmodelle, die uns erklären, wie verarbeiten wir Informationen. Gerade auch Informationen, die im Einklang sind mit unseren eigenen Einstellungen. Beim Verschwörungsglaube geht es wirklich darum, die da oben haben einen Plan. Und da gibt es dann in der Psychologie zumindest so drei Haupterklärungen. Einmal, ja, der Kontrollverlust haben Sie alle wahrscheinlich schon häufig gehört. Dass man sich aufwerten kann, dass man eben das Gefühl hat, man sei besonders einzigartig, der Rest sei schlafscharfe. Und dass man eben Muster da sieht, wo auch keine sind. Jetzt kommen wir gleich nochmal zu den psychologischen Effekten zurück. Vielleicht erstmal Frau Schwarzer-Löhr-Sutter. Der aktuelle Stand zum Thema Desinformation in Deutschland, wie ist das aus der Sicht des Bundesinnenministeriums? Was können Sie dazu sagen? Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns und hat sich jetzt natürlich nochmal gesteigert durch die russischen Desinformationen, durch den Ukraine-Krieg. Wir haben das intensiv schon zuvor beobachtet, natürlich auch vor allem bei den Querdenkern, beziehungsweise bei den Corona-Demonstrationen. Und natürlich ist es dort auch eine gemischte, heterogene Szene. Aber es verbreitet sich und diese Desinformationen heißt auch, was können wir im Netz dagegen tun? Und was tun wir tatsächlich auch an Richtigstellung, an Gegendarstellung? Also man muss wirklich entgegentreten. Man kann sie nicht stehen lassen bei bestimmten Desinformationen. Aber im Moment ist es tatsächlich auch schwierig. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Ukraine-Krieg. Die Propaganda steigert sich, wird aggressiver. Wir haben in Europa durchaus ja auch gehandelt, dass Russia Today und Sputnik abgeschaltet werden. Trotzdem findet man Wege, auch über Staatsfernsehen, bestimmte Propaganda zu verbreiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch entsprechend, wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wir sind auch da dabei, wie können wir jetzt auch nochmal bei diesen Desinformationen tatsächlich die Richtigstellung vorantreiben und auch Gegendarstellungen auch verbreiten. Ich würde auf die Gegenmaßnahmen auch nochmal besonders zurückkommen. Im zweiten Teil, wir beschäftigen uns jetzt erstmal noch kurz mit der Beschreibung des ganzen Problemfelds, würde ich vorsichtig sagen und dann vielleicht auch Herr Strasser, die meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass das Thema Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit den Morden von Hanau, mit der Pandemie auch, mit der Verbreitung der Verschwörungsbewegungen, wie es einige nennen, QAnon in Deutschland in der öffentlichen und politischen Debatte eingekommen ist. Jetzt sind Verschwörungsideologien nichts Neues. Das haben wir in der Einführung schon gehört. Das ist vielen von uns bekannt. Aber wie sieht es im politischen Alltag aus? Hinkt die Politik den Verschwörungsideologen oder auch den Verbreitern von Desinformation hinterher? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten kann, weil der Kampf gegen Desinformationen für Politik kein einfacher ist. Wir müssen uns klar machen, dass im Gegensatz zur Hasskriminalität im Kampf gegen Desinformation es ja um Kontrolle über Meinungsäußerungen geht. Unser Grundgesetz schützt eben in seinem Artikel 5 relativ weit Meinungen, auch absurde Meinungen, auch Meinungen, die nicht von Fakten gedeckt sind oder die Fakten auch entgegenstehen. Und ja immer die Schwelle ist, ab wann wird es strafbar. Und nicht jede Desinformation ist eine Straftat. Die meisten Desinformationen sind sogar keine Straftaten. Manchmal überschneidet sich das dann mit Volksverhetzungen und so weiter. Aber das macht Politik nicht ganz einfach, da auch konsequent dagegen vorgehen zu können. Und das Problem ist aus meiner Sicht, dass wir auch wenig oder noch keine hinreichende Erfahrung haben im Kampf gegen Desinformationen. Deswegen gibt es beispielsweise auf europäischer Ebene auch Arbeitskreise, die im Sinne von Best Practice darüber reden, was wirkt dann im Kampf gegen Desinformationen so wirklich in den politischen Raum gekommen ist, dass erst vor den letzten Bundestagswahlen, als wir im Innenausschuss auch diskutiert haben, was ist das richtige Instrument und Mittel insbesondere gegen russische Desinformationen im Zuge des Bundestagswahlkampfs. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die erfundene Vorgewaltigung eines angeblichen Mädchens hier in Berlin, das ja dann auf der Straße auch zu größeren Demonstrationen geführt hat. Und die Vergewaltigung gab es nie ganz gezielt eben gesteuert auch aus Russland, um die Erpörung der deutschen Bevölkerung anzuheizen. Der DSA, also der Digital Service Act, ist ein erster wichtiger Schritt. Aber auch da sehen wir in der Veranlagung, dass es weniger um konkrete Einzelmaßnahmen, staatliche Befugnisse geht, sondern um eine Risikobewertung und ein entsprechend abgestuftes Maßnahmenpaket, wo auch immer die Plattformen mitgedacht werden müssen und mit in die Pflicht genommen werden müssen. Vielleicht können wir auf den DSA nachher nochmal kurz zurückkommen und Ihnen noch ein bisschen mehr erläutern. Ich glaube, vielleicht hat das nicht jeder so verfolgt, was in den letzten Monaten so da passiert ist. Also ich nehme das als ein wohlmeinendes Jein auf, was auch meine Lieblingsantwort wäre an der Stelle. Gut, vielleicht nochmal, Pia Lamberti, warum funktioniert Desinformation? Also warum glauben Menschen und verbreiten Menschen vielleicht auch eine Falschmeldung? Was passiert da im Kopf vielleicht auch? Ich würde sagen, was wichtig ist, ist zum einen, es verfängt sich ja nicht jede Desinformation. Also wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, in Berlin leben seit fünf Jahren, lebt eine Herde von Einhörnern, dann werden sie ja jetzt nicht rausgehen und sagen, na Mensch, die Frau Lamberti, die hat ja gesagt, in Berlin leben Einhörner. Es sei denn, sie glauben schon vorher dran. Und das ist so eine wichtige Grundlage. Propaganda, Desinformation und auch Verschwörungserzählung verfangen sich in der Gesellschaft immer dann, wenn es Andockstellen gibt. Wir haben bei ZEMAS da auch eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Auftrag gegeben und da sieht man ganz klar, es ist einfach so, in der Gesellschaft sind wir so bei 10, vielleicht 15 Prozent, die stark an Verschwörungserzählungen zum Ukraine-Krieg glauben. Wenn wir uns aber Menschen angucken, die auf die Anti-Corona-Proteste gehen, wenn wir uns AfD-Wählerinnen anschauen, auch wenn wir uns ungeimpfte Menschen anschauen, da sind die Zustimmungswerte bei knapp 60 Prozent. Das ist ein ganz anderes Level. Das heißt, Desinformation funktioniert da am besten, wo Menschen schon zumindest an Versatzstücke glauben. Und wenn es eben in Einklang ist mit der eigenen Erwartung. Wir gehen ja alle so durch die Welt, dass wir eher dazu neigen, erwartungsgemäß Informationen zu verarbeiten. Und vielleicht, ah genau, jetzt weiß ich noch meinen zweiten Punkt, sorry, den höre ich auch auf. Was ich auch wichtig finde, ist, wir gucken in der Regel darauf, wer glaubt denn die Desinformation? Aber das ist nicht der einzige Schaden, der angerichtet wird, sondern der Zweifel ist was unglaublich Mächtiges. Es geht darum, das Vertrauen in demokratische Prozesse, in Wahrheiten zu untergraben. Und mit diesem Zweifel kann man arbeiten. Da gibt es schon seit langen Studien, die zeigen das zur Impfverschwörungserzählung. Dass wenn Menschen mit Impfverschwörungserzählung konfrontiert sind, sind sie weniger bereit, sich impfen zu lassen, ihr Kinder impfen zu lassen. Und unabhängig davon, ob sie vorher an sowas geglaubt haben oder eben nicht, weil dieser Zweifel da ist. Und man sich dann fragt, naja, wenn eine Chance da ist, dass mein Kind schwer erkrankt, im Vergleich zum Beispiel zu Corona, dann gehe ich vielleicht dieses Risiko nicht ein. Also der Zweifel ist auch ein wichtiges Tool, wenn es um Propaganda geht. Jetzt haben wir in der Einführung schon gehört, dass Verschwörungsideologie und Antisemitismus im Prinzip untrennbar sind. Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen ausführen, wie da die Zusammenhänge aussehen, wie das funktioniert und vielleicht auch wie Zusammenhänge zu anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit entstehen oder vorhanden sind. Also ja, ich glaube, wir könnten alleine über das Thema den ganzen Abend schon sprechen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Und es gibt mein Bestes. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also ich glaube, ich gucke auf so ein Thema ja aus einer psychologischen Perspektive. Das heißt, die Antwort von einem Historiker ist eine andere als meine. Und ich verstehe den Verschwörungsglauben, wie gesagt, als Vorurteil gegenüber all denen, die als mächtig markiert werden. Das sind Menschen, die haben manchmal Macht, aber ganz oft wird die Macht überschätzt. Jüdinnen und Juden werden häufig historisch mit Macht assoziiert, als mächtige Gruppe dargestellt. Das heißt, man kann empirisch, psychologisch, historisch eigentlich auf allen Ebenen eine starke Überlappung zwischen diesen beiden Mustern nachweisen und aufzeigen. Und aus meiner Sicht ist es eben so, dass gerade, also es gibt da ja verschiedene Level quasi in so einem Verschwörungsweltbild. Es gibt die Schlafschafe, die hören den Drosten-Podcast, die gucken die Tagesschau. Dann gibt es eben die, die die Verschwörung ausführen. Wir reden jetzt aus dem Weltbild heraus. Das ist die Politik, die Medien und die, die dahinter stehen. Und da werden halt ganz häufig Jüdinnen und Juden direkt oder indirekt angenommen. Und das Ganze ist dann aber auch wieder häufig verschachtelt mit anderen Formen der Menschenverachtung. Das sehen wir im Terrorismus ja sehr häufig, dass behauptet wird, es gäbe einen großen Bevölkerungsaustausch, dass Menschen mit Migrationsgeschichte, ja Geflüchtete kommen würden, um die weiße Bevölkerung zu verdrängen. Da wird dann häufig noch ein Antisemitismus draufgelegt. Also Verschwörungserzählungen waren schon immer ein Träger von Menschenverachtung. Die haben immer auch schon zur Gewalt angestiftet. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Das ist nicht ein Partygag oder irgendwas, was lustig ist. Ich glaube, über dieses Level sind wir mittlerweile hinaus. Als ich angefangen habe, dazu zu arbeiten, sah das noch anders aus. Aber es ist immer, also es wird ja nicht ohne Grund auch von verschiedenen gefährlichen Gruppierungen genutzt. Gucken wir zu Hamas, die hat in der Protokolle der weißen Funktion auch in der Gründungscharta mit drin gehabt, rechtsterroristische Gruppen. Das gehört immer mit dazu, weil man darüber mobilisieren kann. Jetzt wissen wir ja, Verschwörungsideologien sind nichts Neues. Antisemitismus in Verschwörungsideologien sind alles andere als neu. Über digitale Tools haben wir jetzt auch schon so ein bisschen geredet. Wir haben Digital Services Act gehört schon als Stichwort. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon gehört. Vielleicht noch mal ganz kurz, Frau Schmünderwer, zur Einordnung. Die Desinformationen im digitalen Zeitalter, sehen wir jetzt einfach nur mehr davon oder sind das jetzt mehr geworden? Es ist schwierig, genau zu messen, wie sich die Verbreitung von Desinformationen im digitalen Zeitalter im Vergleich zum analogen Zeitalter verändert hat. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Desinformationen und bewusst angelegte Desinformationskampagnen kein neues Phänomen ist. Zum Beispiel im Kalten Krieg haben die sowjetischen Geheimdienste systematisch Desinformationskampagnen durchgeführt, um bestimmte Länder zu diskreditieren oder um Spaltungen in der Gesellschaft zu vertiefen. Die bekannten Beispiele sind Desinformationskampagnen, bei denen behauptet wurde, dass AIDS aus einem US-Labor stammt oder dass in einem US-Labor in Pakistan chemische und biologische Waffen hergestellt werden und weitere, weitere Kampagnen. Das waren oft sehr komplizierte Operationen mit gefälschten Dokumenten, die bestimmten Zeitungen zugespielt wurden. Das heißt, das Phänomen an sich ist nicht neu, aber was sich verändert hat, ist das Informationsumfeld, in dem diese Akteure agieren. Heute bekommen wir alle unsere Informationen nicht nur aus den Zeitungen, aus dem Fernsehen, sondern aus Blogs, aus sozialen Medien. Und diese Technologien ermöglichen, die machen es sehr einfach, die etablierten Medien anzuzweifeln. Das heißt, es ist ganz einfach, einen Blog anzulegen und zu behaupten, dass etablierte Medien lügen. Die Technologien ermöglichen es auch, Akteuren wie Trollfabriken falsche Identitäten anzulegen. Das heißt, das Informationsumfeld ist sehr, sehr günstig für alle, für staatliche und auch nicht staatliche Akteure, die daran interessiert sind, bewusste Desinformationskampagnen durchzuführen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied zwischen analogen und digitalen Zeiten. Das heißt, es muss nicht mehr so eine komplizierte Operation mit sehr fallen gefälschten Dokumenten sein wie im Zeiten des Kalten Krieges, sondern ich glaube, alleine der Umfang von Informationen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, macht es einfach auch mit einer Vielzahl von sehr einfachen Fälschungen durchzukommen. Das sehen wir jetzt an verschiedenen Beispielen. Es reicht heute, ein Bild aus dem Zusammenhang zu reißen und einen Post irgendwo abzusetzen oder einfach eine Szene aus einem Computerspiel zu nehmen und das als militärischen Erfolg zu verankaufen am Ende. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über russische Desinformation geredet. Ich glaube, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auch da bleiben. Sie beschäftigen sich in den letzten Wochen und Monaten auch damit, wer diese Desinformation in Deutschland auch verbreitet. Vielleicht können Sie darüber noch kurz sprechen, welche Akteure da tätig geworden sind und welche Rolle vielleicht auch diejenigen spielen, die wir in den letzten zwei Jahren relativ viel gesehen haben im Umfeld von Querdenken und Co. Ja, es gibt da große Überschneidungen und schon vor dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine gab es ein symbiotisches Verhältnis zwischen russischen Staatsmedien und Akteuren, die Falschinformationen über die Pandemie verbreitet haben. Sie haben sich gegenseitig gestärkt. Die Querdenker, Covid-Skeptiker wurden von RT Deutsch interviewt und im Umfeld von Covid-Skeptikerinnen wurde RT Deutsch als ein glaubwürdiges Medium wahrgenommen und dargestellt. Dazu muss man sagen, dass die Idee, dass die Demokratie eine Lüge ist, ist eines der zentralen Motiven der russischen Propaganda, schon seit Jahren, vor der Pandemie, vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und die Pandemie war einfach ein perfektes Moment, um dieses Narrativ nochmal zu verstärken. Weil, klar, einige Pandemie-Maßnahmen waren nicht konsequent und russische Staatsmedien haben diesen Moment ausgenutzt, um nochmal auf diese, nochmal zu behaupten, dass die Demokratien eigentlich scheinheilig sind, dass die gar nicht demokratisch sind, dass es eigentlich auch, dass der Unterschied zwischen Demokratien und Autoritäten in den Staaten gar nicht so groß ist. Und noch mehr, es ging auch in Richtung Verschwörungserzählungen, die Experten, es wurden zweifelhafte Experten zitiert. Das heißt, dieses Verhältnis gab es schon vor dem Beginn des Krieges und auch in den Tagen vor dem Beginn des Krieges und in den ersten Wochen danach haben wir gesehen, dass die gleichen Akteure auch weiterhin links zur AT Deutsch gepostet haben, mit Propaganda, mit Äußerungen von Putin. Bestimmte Verschwörungserzählungen bzw. diese Informationsnarrative, wie zum Beispiel die Behauptung, dass es in der Ukraine Biolabore gibt, knüpfte sehr stark auch an Verschwörungserzählungen an, wurde auch in den USA und in Deutschland sehr gut vom Verschwörungsidiotischen Niveau aufgegriffen und nochmal weiter verbreitet. Das heißt, genau in diesem Milieu werden die russische Desinformationen besonders stark verbreitet und sie kommen da auch im Unterschied zum Durchschnitt besonders gut an. Dankeschön. Frau Schwarze-Lösutter, wir haben gerade schon ganz kurz am Rande RT und Sputnik auch schon erwähnt auf EU-Ebene. Vielleicht nochmal ganz kurz, können Sie Auskunft darüber geben, in welchen Einfluss auch ausländische Staaten an den Desinformationskampagnen, die wir vielleicht auch in Deutschland sehen, in welcher Form auch immer, wie da der Einfluss aussieht? Wir sind beobachten, dass wir natürlich das beobachten, wie ausländische Staaten versuchen, Desinformationen zu lancieren. Das hat eine andere Qualität wie jetzt Hass und Hetze, vor allem im Netzdurchsetzungsgesetz oder jetzt auch mit dem DSA. Wie geht man da dagegen vor? Und das ist wirklich, wie geht man inhaltlich vor? Und ich glaube, inhaltlich materiell hat sich vielleicht Desinformation zu früheren Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. Aber die Beschleunigung durch die Digitalisierung und die Reichweite innerhalb von kürzester Zeit, die ist natürlich viel, viel höher. Das heißt, ich habe mir das gerade vorüberlegt, als ich das Bericht habe. Wenn ich mir überlege, wenn Weiße Rose in München nicht Flugblätter verteilt hätten, sondern über Telegram und was weiß ich damals unterwegs gewesen wäre, dann wäre das vielleicht eine andere Situation gewesen. Heute haben wir aber verschlüsselte Chats, was es uns auch schwieriger macht. Ich erinnere jetzt an Telegram. Wie kommen wir da dran, dass auch bestimmte Kanäle dann Inhalte tatsächlich rausgenommen werden? Wir wollen ja die Grundrechte nach wie vor wahren, aber es ist im Netzdurchsetzungsgesetz auch klar geregelt, wer denn auch Inhalte löschen muss. Das ist schon mal schwierig, da dran zu kommen. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit dem DSA, was ja durchaus die gleiche Absicht hat, illegale Inhalte zum Beispiel auch zu löschen, dann ist es für uns in Deutschland doch nochmal, weil es nachher das Netzdurchsetzungsgesetz ersetzt, dadurch, dass es eine Vollharmonisierung ist, schon nochmal schwieriger. Wir haben da eine Protokollerklärung abgegeben, weil wir hätten gerne höhere Standards bei dem DSA. Aber insgesamt gesehen für Europa ist es ein Schritt nach vorne und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Wir haben ja mit dem russischen Angriffskrieg nicht nur einen Krieg zwischen Ukraine und Russland, sondern wir haben tatsächlich eine Zeitenwende zwischen Demokratie und autoritären Systemen und das ist eine völlig andere Situation und deswegen heißt es auch, dass wir anders mit umgehen müssen und entsprechend sehr ernst Desinformation, Cyberabwehr auch, es ist auch ein Cyberkrieg, also es ist nicht nur die Desinformation und wir schauen uns natürlich auch ganz genau an, wie ist es in der Szene, wie verhalten sich Rechtsextremisten und wie verhält sich diese Szene. Also insofern würde ich mal sagen, mit dem DSA ein Schritt nach vorne, aber grundsätzlich die Desinformation mit der Geschwindigkeit, wie sie verbreitet ist, ist eine Herausforderung. Jetzt würde ich vielleicht ganz kurz noch einwenden, dass viele Gruppen und Kanäle auf Telegram jetzt nicht unbedingt Ende zu Ende verschlüsselt sind, aber natürlich gibt es eine ganze Menge und wir haben auch gehört, es gibt die Fortschritte auch im Umgang mit Telegram, das haben wir ja in den letzten Monaten gesehen, dass da durchaus zumindest bei sehr einschlägigen Antisemiten auch Fortschritte gemacht wurden. Jetzt vielleicht nochmal die ganz große Frage, die ich jetzt ein wenig hoch aufhänge. Wir sprechen relativ häufig von Demokratiegefährdung durch Desinformation auch. Ist die Demokratie gewappnet gegen Desinformation oder ist sie gefährdet durch die Verbreitung von Desinformation? Das ist ein Punkt, die Delegitimierung des Staates, wo wir merken, und das ist ja auch bei vielen Verschwörungstheorien, das hat Frau Lambert ja gesagt, der Vertrauensverlust auch im Staat. Sie haben es ja beschrieben mit die da oben und die Mächtigen und selbst wenn man eine Gegendarstellung macht oder eine Gegeninformation, dann ist es noch lange nicht, dass es dort ankommt, wo es ankommen soll, sondern dann ist es ja erstmal von denen da oben. Und insofern, ja, müssen wir was dagegen setzen und die entsprechenden Instrumente auch knallhart und auch harte Kante gegen diejenigen, die den Staat delegitimieren oder die extremistisch unterwegs sind, auch zeigen. Und ich finde es schon wichtig, dass auch unsere Ministerin gleich zu Beginn auch gesagt hat, was ihre Prioritäten sind und unter anderem eben der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus gleich vor Ostern auch auf den Weg gebracht wurde. Das ist ein Zeichen, wir haben dann auch mehrere, ja auch Generalbundesanwalt hat sich eingeschaltet, mehr Untersuchungen auch da, dass wir sagen, wir reden nicht nur drüber, sondern wir handeln auch da. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen auch in die Szene, die den Staat delegitimieren wollen und die auch natürlich antisemitisch unterwegs sind. Also das finde ich schon, dass man nicht nur sagt, wir machen jetzt die gesetzliche Grundlage, sondern wir setzen auch um und das muss auch erkennbar sein und das muss auch in die Szene ganz deutlich erkennbar sein, dass wir handeln. Noch jemand zum Thema Demokratie gefährdet durch Desinformation oder nicht, während mir das Kabel zum 500. Mal runterrutscht? Noch jemand? Nein? Auch gut, dann nochmal Herr Strasser. Wir haben es ganz kurz am Rande schon erwähnt, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen. Desinformation und Gesetze. Welche Möglichkeiten haben wir überhaupt gegen Desinformation auf der Ebene vorzugehen? Also es gibt jetzt schon im Strafgesetzbuch eine ganz konkrete Norm, die sowohl den Plattformbetreibern als auch staatlichen Behördenhilfe, nämlich dem Paragrafen 126 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Da geht es um sogenanntes Vortäuschen von Straftaten, das oftmals auch ein Ansatzpunkt ist. Wenn gerade ich als staatliche Behörde Ermittlungsmaßnahmen einleiten muss, dann kann ich das nicht einfach so, weil ich denke, das wäre mal gut, sondern ich brauche eine Gesetzesgrundlage, einen Anfangsverdacht für eine bestimmte Straftat, um dann sozusagen als Sicherheitsbehörde auch meinen Instrumentenkasten auspacken zu können. Also es gibt schon erste Punkte im Strafgesetzbuch, die Sicherheitsbehörden insbesondere, aber auch Plattformbetreiber handlungsfähig macht. Und ich möchte schon nochmal sagen, der Digital Services Act, ich würde das nicht so unter den Scheffel stellen. Das ist erstmal eine historische Entscheidung und ein großer Schritt nach vorne. Wir haben ja Ende letzten Jahres eine sehr intensive Debatte über Telegram gehabt. Telegram, das im Übrigen auch nicht nur böse ist, in Anführungszeichen, wo nicht nur Antisemitismus und Rechtsradikalismus insbesondere, wie hier in Deutschland gestreut wird, sondern in der Ukraine, in Russland, in anderen Ländern ein wichtiges Instrument auch der demokratischen Opposition ist, um schnell Meinungen zu verbreiten. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine rein nationale Regelung wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz habe oder einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen zur Plattformregulierung, dass gerade große Tech-Konzerne, für die das auch ein Geschäft ist, durchaus einen Einfluss hat, wie die ihre Geschäftspolitik gestalten, wenn das eben nicht nur 82 Millionen Menschen in Deutschland betrifft, sondern über eine halbe Milliarde Menschen in ganz Europa. Und das war alles andere als einfach, in so kurzer Zeit das zu verhandeln, zusammen mit der französischen Ratspräsidentschaft, nicht mal in einem halben Jahr das zu einem Abschluss zu bringen, weil es auch ganz andere Länder in Europa hatte, die ganz andere Vorstellungen hatten. Deshalb mag man jetzt im Detail in der Protokollerklärung bemängeln, man hätte da noch mehr gehabt und hier noch mehr. Es ist ein großer Erfolg und es hilft uns in den nächsten Jahren massiv, diesen Kampf auch gegen Desinformationen, aber insbesondere gegen Hasskriminalität, noch mit einer größeren Energie zu führen. Vielleicht können wir für diejenigen, die jetzt diese ganzen Entwicklungen in den letzten Wochen noch nicht nachverfolgt haben, vielleicht können wir kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was das DSA jetzt letztendlich bringt oder bringen soll. Also im Kern ist vieles von uns in Deutschland bekannt über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also es geht darum, wie ich insbesondere Straftaten in sozialen Medien, Stichwort Hasskriminalität, schnell aus dem Netz bringe. Das ist ja eine Herausforderung, dass sich so Dinge sehr schnell verbreiten, wo es dann Meldepflichten gibt, beispielsweise für Plattformanbieter, wo gerade die großen Plattformen, die über 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben, auch regelmäßige Risikobewertungen vorlegen müssen und darauf basierende Maßnahmen. Also beispielsweise, wie läuft es mit der Anzeigenschaltung, Transparenz insbesondere bei politischer Werbung, also wer finanziert auch bestimmte Dinge, die mir als Nutzerin oder als Nutzer angezeigt werden. All das findet sich im DSA. Beim Thema Löschfristen ist das hinter der deutschen Regelung zurückgeblieben, weil es eben andere europäische Länder gibt, die deutlich skeptischer sind bei Löschverpflichtungen wie das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und im Ende, weil es eben eine Vollharmonisierung ist, bedeutet das, dass wir nicht in Deutschland ergänzende Regelungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz belassen können, sondern das ab 2024 für alle, direkt für Pflichten für alle Mitgliedstaaten der DSA gilt. Und damit im Übrigen nicht nur für Plattformen aus Europa, sondern für jede Plattform, die in Europa tätig wird und ihre Dienste anbietet. Aber ergänzend wollen wir ja noch als Koalition ein Gesetz gegen digitale Gewalt auf den Weg bringen, das natürlich in der Wechselwirkung mit dem DSA steht, aber die das Thema auch Opferschutz, also beispielsweise Lücken bei Auskunftsrechten gegen Plattformen usw. schließen soll, damit man sich als Opfer auch besser dagegen wehren kann. Abseits von diesem Plan, gibt es Ihrer Meinung nach noch Lücken im Gesetz, vielleicht im deutschen, aber auch vielleicht auch auf der EU-Ebene? Also ich glaube, wir sind ja insgesamt in einem lernenden Prozess, von dem her will ich jetzt gar nicht ausschließen heute und sage, das ist sozusagen das, was die nächsten 100 Jahre genau so Bestand haben wird. Ich möchte nur auch dafür werben, nicht so zu tun, als wäre das Thema nur ein Thema von Plattformen, also dass die Plattformen das für den Staat machen müssen, sondern es ist im Kern gerade bei der Verfolgung von Straftaten und der Verhinderung von Strafen eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, das Beispiel Telegram wurde angesprochen, vieles findet unter den Augen der Sicherheitsbehörden statt. Gerade diese Kanäle, über die wir reden, sind eben nicht verschlüsselt, sondern sie sind offen für alle einsehbar. Und deswegen sollten wir die nächsten Jahre nicht über rechtsstaatlich schwierige Befugnisse von Sicherheitsbehörden reden, sondern über zwei Dinge. Wie stärken wir erstens die Analysefähigkeit? Ich würde mir wünschen, dass Sicherheitsbehörden, egal ob analog oder digital, Antisemitismus als solchen auch in all seinen Formen erkennen. Und da haben wir ein Defizit. Wuppertal ist das Beispiel, das einem immer als Ersten einfällt. Also palästinensische Jugendliche, die Molotow-Cocktails auf Synagogen werfen, das sind doch keine Antisemiten, sondern das ist sozusagen eine Auseinandersetzung im israelisch-palästinensischen Konflikt. Das ist nur eine Facette. Die andere Facette ist, dass insbesondere die rechtsextreme Szene ja jetzt ganz andere Begriffe verwendet. Globalisten ist so eins, also es geht nicht gegen die Juden, sondern es geht gegen die Globalisten, was wiederum natürlich die Juden sind, weil die steuern die ganze Welt. Das muss ein Sachbearbeiter in einem Verfassungsschutz oder bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft auch erkennen, dass unter seinen Augen Antisemitismus stattfindet. Und das Zweite, für das ich werbe, ist auch technische Möglichkeiten abseits von Befugnissen zu nutzen. Also insbesondere Instrumente der künstlichen Intelligenz, um diese Tausenden von Kanälen auch systematisch durchsuchen zu können als Sicherheitsbehörde. Wo findet denn da strafbares Verhalten statt, um gezielt und gerichtet gegen diejenigen vorzugehen, die so etwas machen. Und da gibt es ganz große Hausaufgaben und da würde ich mir auch wünschen, dass mancher Ministerpräsident, der in der Debatte um Telegram schnell mit dem Finger auf den Bund zeigt, auch mal dafür sorgt, dass es beispielsweise in seinem Bundesland konsequent Online-Streifen bei der Polizei mit entsprechendem Personal, mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt. Das ist keine Entscheidung des Bundes, sondern das ist eine Entscheidung von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in ihren Ländern in ihrem Verantwortungsbereich. Bevor wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben für Fragen aus dem Publikum, würde ich vielleicht noch kurz diejenigen, die ich jetzt noch nicht nach Lücken und Möglichkeiten gefragt habe, vielleicht noch einmal kurz Fragen nach Wünschen oder Ideen im Kampf gegen Desinformation und Verschwörungsideologien. Ich würde mit Ihnen anfangen, Frau Schwanz-Lösutter, vielleicht einfach auch, falls es noch Gegenrede gibt oder auch nicht, oder Ergänzungen zu Herrn Strasse. Ich würde gerne noch einen anderen Schwerpunkt legen. Wir haben jetzt über die Verbreitung von Desinformation gesprochen, über die Wirkung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir auch sagen, wie gehen wir, und das sind kommunizierende Röhren, auch mit politischer Bildung um. Also wie machen wir eigentlich, also wir schaffen hier eine Resilienz. Wie bilden wir auch von den ersten Metern her die Kinder und Jugendlichen bezüglich Medien? Wie machen wir das bei Aus- und Weiterbildung nicht nur bei den Sicherheitsbehörden oder in den Behörden des Bundes, sondern insgesamt bei der Bevölkerung? Wie lernt man damit umzugehen, kritisch umzugehen? Das finde ich ein ganz wichtiges Feld. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, wenn ich es mir jetzt wünschen kann, dass wir fördern die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir fördern da ganz spezifisch auch zivilgesellschaftliche Engagements. Wir brauchen Multiplikatoren, Multiplikatorinnen. Aber ich würde es mir wünschen, dass es nicht nur ab und zu mal und wenn was passiert, thematisiert wird in der Schule, sondern das gehört zur demokratischen Grundbildung. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es verpflichtend in Schulen ist, im Lehrplan, dass man tatsächlich, wie gehe ich mit Medien um, Medienkompetenz schaffe, aber nicht nur das Klassische wie Medienkompetenz, sondern tatsächlich, wie gehe ich mit Informationen um, wo hole ich mir vielleicht auch entsprechend nochmal das Rüstzeug, um zu sehen, wie falsifiziert ist oder verifiziert ist. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn eine Gesellschaft viel widerstandsfähiger ist, dann ist es nicht nur beim Einhorn so, dass sie nicht drauf reinfallen, sondern ich habe ja mal spaßeshalber in der Rede gesagt, wo es um Klimaschutz ging, ja, man kann sich ja auch vorstellen, die Erde ist eine Scheibe, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es tatsächlich eine Bewegung gibt, die daran glauben, die Erde ist eine Scheibe. Also da bin ich echt vom Glauben abgefallen und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, die Leute, die Menschen insgesamt in der Bevölkerung entsprechen, zu sagen, wie gehe ich mit um und wo hole ich mir das Rüstzeug. Und wir sind gefordert, das auch entsprechend zu fördern. Und zivilgesellschaftliches Engagement ist dabei ganz wichtig. Wir brauchen Leute, die sich nicht nur im digitalen Raum begegnen, sondern auch Formate, wo man sich trifft, wo man auch Vorurteile entsprechend nicht nur theoretisch abbaut, sondern tatsächlich im Umgang miteinander auch abbaut. Und ich finde das ganz wichtig. Vielleicht gibt es die Möglichkeit dann auch jetzt, wo die Pandemie hoffentlich so langsam ihre Sachen trakt und uns vielleicht verlässt. Frau Smonova, vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, was gibt es an sinnvollen Dingen gegen Desinformation? Wo fehlt es vielleicht auch noch? Ja, viele wichtige Punkte wurden schon genannt. Medienkompetenz ist sehr wichtig. Weiterbildungsprogramme, die nicht nur online, sondern offline stattfinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Social-Media-Plattformen die eigenen Regeln besser durchsetzen, die Regeln, die bereits in Kraft getreten sind. Ganz einfache Dinge wie Fact-Checking-Labels. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen haben drei Wochen, nachdem die Bilder aus Butcher veröffentlicht worden sind, über Gurgeltaten von der russischen Armee die populärsten, meist geteilten Facebook-Posts über Butcher angeschaut. Und wir haben festgestellt, dass ein Drittel von diesen Posten Zweifel an der Darstellung der westlichen Medien geäußert hatten und dass bei keinem, wirklich bei keinem dieser Posts in Top 10 in 20 Ländern ein Fact-Checking-Label dabei war. Das darf natürlich nicht passieren. Es geht auch um die Transparenz von Social-Media-Plattformen und Algorithmen. Und da ist das SA der Schritt in die richtige Richtung. Und, Pia Lamberti, vielleicht noch Ergänzungen? Das ist der letzte Platz, wo dann alles schon gesagt ist. Sehr gerne. Ja, ich habe gerade überlegt, ja. Also, ich muss, ich fange jetzt mal nicht so optimistisch an und versuche dann den Schlenker zu kriegen, okay? Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir Sorgen, so, wenn ich mir das anschaue. Wenn wir global gucken, leben weniger Menschen in einer Demokratie als in einer Autokratie. Das verschlechtert sich. Wir haben eine Lage, dass zum Beispiel in Frankreich Marie Le Pen zumindest eine reale Chance hätte. In anderen europäischen Ländern verändert sich die Stimmung. Es gibt einen russischen Angriffskrieg. Geschlechtergerechtigkeit nimmt ab im Zuge der Pandemie. Wir können dieses Spiel jetzt ewig so weiterspielen. Die Lage ist tatsächlich nicht so gut. Das heißt aber nicht, dass sie automatisch schlechter wird. Sondern ich glaube, man hat es in der Hand, was zu tun. Dafür gehört es aber auch, dass man das ernst nimmt. Und dazu gehört für mich auch, dass eine Regierung mehr auf eine Zivilgesellschaft hört. Dass es da mehr Dialog gibt. Das Wissen ist immens. Da sind wirklich unglaubliche Experten in ihrem Bereich, die auch die lokale Expertise haben, die globale, internationale Expertise haben. Nehmen sie das ernster, als es ihre Vorgängerregierung getan hat. Das wäre was, glaube ich, was wirklich hilft. Wenn man dann sieht, wo die Leerstellen sind, wo man noch ändern kann, was man noch weitermachen kann. Das würde ich mir wünschen. Und dazu gehört aber auch eine stabile Finanzierung für eine Zivilgesellschaft. Dass eben die Menschen nicht alle drei Jahre neue Anträge stellen müssen, die Mitarbeiterinnen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen sind. Wir haben es mit Leuten zu tun, die teilweise in sehr, sehr schwerwiegenden Bereichen arbeiten, die mit harten Inhalten konfrontiert sind. Und ich denke, wenn man sagt, man nimmt das ernst, man nimmt Demokratie ernst, man sieht die Bedrohung, gehört das dazu. Ja, die Zivilgesellschaft zu fördern. Ich glaube, der Schlenker war da. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für zwei bis drei Fragen aus dem Publikum, wenn es die gibt. Ich glaube, es gibt ein Mikrofon dahinten. Wenn wir darüber reden, wie gefährlich Desinformation von unserer Demokratie ist, dann müssten wir auch über eine Partei reden oder besser gesagt eine Fraktion, die fast jede Sitzungswoche gezielt Desinformation im Plenum mitteilen kann. Und nur selten höre ich vom Bundestagspräsidium beispielsweise Ordnungsrufe. Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, diese gezielte Desinformation im Hohen Haus zu stoppen? Stoppen wird man das nicht können, weil das Rederecht auch des Parlaments sehr weitgehend ist. Und ich habe am Anfang gesagt, die Meinungsfreiheit auch sehr weitgehend ist, solange es nicht strafbar ist, was da gesagt worden ist. Ich habe insbesondere noch in der letzten Wahlperiode, als ich beispielsweise direkt nach Hanau und Halle und der Ermordung von Walter Lübcke gesprochen habe, die AfD schon in die Pflicht genommen und gesagt, sie haben zwar keine rechtliche Verantwortung für das, was da passiert ist, sie haben aber auf Basis ihres Handelns hier zumindest eine moralische Mitverantwortung. Weil wenn Abgeordnete der AfD über die Umfolgung reden, über Soros, der uns mit Migranten überflutet und andere rechtsextreme Erzählungsnarrative in Plenarreden am Deutschen Bundestag bedient, dann erwecken die zumindest in der öffentlichen Debatte den Anschein von Legitimität von solchen Meinungen und Äußerungen. Und dann darf ich mich eben nicht wundern, dass es im Rechtsterrorismus Leute gibt, die sagen, da gibt es ja offensichtlich eine, die reden drüber und dann braucht es welche, die dann auch handeln und die beseitigen, die offensichtlich ja das deutsche Volk umfolgen wollen, sodass 2050 es dann keine Deutschen mehr gibt. Und auf diese These hat sich ja unter anderem der Attentäter von Halle und in Teilen auch von Hanau in diesen Pamphleten, die danach veröffentlicht worden sind, bezogen. Und das ist eine Aufgabe von gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung. Das ist eine Aufgabe von Parlamentariern, aber genauso wie normal in der Zivilgesellschaft. Das ist eine Aufgabe bei jedem Familienfest, beim Stammtisch, im Vereinslokal zu widersprechen, wenn sowas gesagt wird. Ich weiß, das ist nicht immer angenehm und man ist auch manchmal verwundert, wer das alles sagt. Ja, also es sind ja nicht nur Leute mit schlechteren Bildungschancen, sondern es sind teilweise Leute, die studiert haben, ein Unternehmen gegründet haben oder Sonstiges tun. Also wenn man so Sätze hört, wie die Juden sind selber schuld, dass man sie nicht mag, dann das aus einem Unternehmermund, dann bleibt einem erstmal die Spucke weg, dabei darf es aber nicht bleiben, dann muss man hart dagegenhalten. Und das ist mühsam, aber anders glaube ich, dass wir dem nicht beikommen. Und es gibt natürlich dann Fälle auch, wo die Sicherheitsbehörden rein müssen. Also das ist jetzt nicht alles, kann die Zivilgesellschaft machen. Aber ich glaube, bei diesem ganzen gesellschaftlichen Vorfeld, was wir auch beim NSU gesehen haben, da ist ja nicht vom Himmel gefallen, wo sich drei Rechtschristen entschlossen haben, heute machen wir das. Sondern vor dem NSU haben Flüchtlingsheime gebrannt in Ostdeutschland, wo normale Leute in Anführungszeichen der Bevölkerung johlen und klatschend daneben gestanden sind. Wo Republikaner in die Landtage eingezogen sind mit zweistelligen Ergebnissen. Und manches erkenne ich da wieder an Strukturen. Deswegen fand ich es jetzt schön, dass in Schleswig-Holstein die Wählerinnen und Wähler nach fünf Jahren erkannt haben, das war keine so gute Idee. Und wir schicken die jetzt wieder aus dem Parlament. Und das ist nicht gekommen, weil alle gesagt haben, eigentlich hat die AfD ja recht. Sondern weil man im Parlament gesagt hat, nein, ihr bewegt euch nicht mehr im demokratischen Diskurs. Ja, wir haben ja ein noch nicht bestätigtes Gerichtsurteil bezüglich der AfD und Verdachtsfall. Das ist doch mal ein Schritt nochmal in die richtige Richtung. Aber ich sage einmal in die Befindlichkeit, wenn wir auf der Regierungsbank sitzen. Wir hören das noch, wir hören es tatsächlich mehr als den Bundestagspräsidentinnen oder Präsidenten. Und das ist manchmal so erschreckend, weil man wirklich vom Glauben abfällt, was da kommuniziert wird, was da gesagt wird. Und ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, ich hatte die Agenda 2030 bei der UN verhandelt. Und ich fand als Ökonomin eigentlich, das ist ein echter Fortschritt, dass Klaus Schwab und das WEF Richtung SDGs schwenken und wirklich eine Transformation in Richtung inklusive Gesellschaft geht. Aber dass man das so verdrehen kann, da ist man erstmal schockiert. Das darf man aber nicht in so einer Schockstarre stehen bleiben, sondern da muss man wirklich dagegenhalten. Und auch dagegenhalten, wenn wir natürlich in den Reden sind. Aber manchmal ist man so in einem Zwiespalt zwischen, wie viel Aufmerksamkeit gibt man ihnen, ja, und schenkt dann noch... Jede Rede von denen wird auf YouTube veröffentlicht. Wie viel aufmerksam provoziert man da gerade? Oder lässt man sie einfach leer laufen? Und ich hoffe, dass das ja durchaus jetzt erkannt wird. Nur die Lage ist tatsächlich ernst, hier in Deutschland, aber auch in Europa. Und deswegen, das wird nicht von alleine gut, sondern da muss man echt klare Kante und alle Mitteln des Rechtsstaates auch ausschöpfen. Und die Sicherheitsbehörden, das BfV, ich glaube, die waren über das Urteil schon mal. Und Herr Aldiwang hat das ja auch gezeigt, durchaus schon mal sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass das auch so bestätigt wird. Ja, das ist ein sehr guter Übergang zu meiner Frage. Und die ist nämlich, abgesehen von rechtlichen Sachen oder rechtlichen Maßnahmen oder Bildungsmaßnahmen, meine Frage ist auch, glaube ich, eher an die beiden Wissenschaftlerinnen gerichtet. Wie kann man als Staat oder als Autoritätsfigur, es sei das denn die Wissenschaft oder die Medien, gegen Verschwörungserzählungen, gegen Desinformationen wirken? Das heißt, da wird was in die Welt gesetzt und das dockt dann oft an diesen Verschwörungserzählungen in irgendeiner Weise. Das heißt, die da oben wollen mir irgendwas antun. Und gerade dann, wenn der Staat kommt und sagt, das stimmt aber nicht, ist das dann natürlich die Bestätigung dafür, dass der Staat eigentlich dahinter steckt. Und wie kann man, ist es besser als Staat, dass man einem dann sagt, okay, ich sage jetzt nichts oder kann man da irgendwas dagegen tun? Was ist die beste Taktik in dem Fall? Und der zweite Punkt ist auch ein bisschen, oder zweite Frage ist auch ein bisschen damit verwandt. Sie haben vorhin, Herr Staatssekretär, diesen berühmten Fall der russischen Desinformation, als es um die Vergewaltigung des Kindes geht. Und es gibt bestimmte Schwachstellen oder ganz elementaren Sachen beim Menschen. Und da sind Kinder so ein Thema zum Beispiel. Das ist einfach so, da findet dann solche Erzählungen, die landen dann immer, die kommen dann immer bei bestimmten Menschen an, weil das so elementar ist, dieses Bedürfnis. Und da ist auch die Frage, ob man da irgendwas machen kann. Ich würde vielleicht mit der ersten Frage anfangen und würde dieses Mal zuerst Pia Lamberti das Wort geben. Und dann Frau Schmunder. Darf ich die zweite ganz kurz einen Satz dazu sagen? Ja, das ist tatsächlich ja alles gar nicht so einfach. Schlauer Satz, oder? Habe ich lange für studiert. Ja, Wahnsinn. Nee, genau. Also ich finde nicht, dass die Deutungshoheit bei einem Staat liegen sollte, was Desinformation ist. Weil das kann halt schnell auch gefährlich werden. Möchte man, dass ein Staat, der sagt, dass Transmenschen kein Recht haben, dass der dann auf einmal sagt, alles, was jenseits der Kernfamilie ist, der Heterosexuellen, ist Desinformation. Da wird das verboten oder irgendwas. Das möchte ich nicht. Ich finde, das ist eher was, was in den Händen von Journalisten, Journalistinnen liegen sollte, von der Zivilgesellschaft. Ein Staat kann das natürlich fördern, indem Mittel bereitgestellt werden, dass eben Menschen arbeiten können, indem man Menschen unterstützt, dass sie gut arbeiten können, was ja in der Pandemie auch häufig nicht so der Fall war, weil man sieht, dass ja auch Deutschland im Rang der Pressefreiheit zum zweiten Jahr in Folge heruntergefallen ist. Aber ich glaube, bei diesen ganzen Fragen um Desinformation und Verschwörungserzählung geht es ja viel auch um, was ist Wahrheit, wer definiert es eigentlich, was ist eigentlich gesichertes Wissen. Da ist es halt einfach zu sagen, der Staat macht das mal eben. Das ist, glaube ich, auch so die bequeme Möglichkeit. Ich würde aber davon tatsächlich eher abraten. Es gab auch Versuche seitens des Gesundheitsministeriums, die haben so eine Telegram-Kampagne gehabt. Also, ja, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen, genau. Und jetzt habe ich ja tatsächlich meinen zweiten Satz vergessen. Ah, ich weiß, was ich Ihnen noch sagen wollte. Genau, der Verlieser, der wurde ja auch versucht, noch mal mehrfach jetzt auch zu starten, mit unter anderem einem Jungen, der umgebracht worden wäre. Und was ich schon hilfreich gefunden hätte, wäre eine Polizei, die bereit ist, am Wochenende zu arbeiten und eine Information zu veröffentlichen, dass das sich um eine Desinformation handelt. Das war für den Journalisten, der dazu recherchiert hat, nämlich tatsächlich nicht so einfach, sie zu überzeugen, dass sie jetzt reagieren müssen. Weil hätten sie das, ja, das wäre schon mal gut. Und was ja auch wieder eine Antwort für die erste Frage ist, im Prinzip. Ich würde, bevor ich zu Herrn Strasser noch mal kurz gehe, für die zweite Frage würde ich noch mal ganz kurz Frau Smirnova die Gelegenheit geben, auf die erste Frage zu antworten. Genau, ich würde zustimmen, dass der Staat nicht bestimmen soll, was die Wahrheit ist und was Fake ist. Ich glaube, das ist etwas, was autoritäre Staaten gerne tun. Es ist auch interessant, wie die ganze Sprache von Fact-Checking von autoritären Staaten gerade ausgenutzt wird, auch von Russland, um eigentlich diese Informationen zu verbreiten. In Russland wurde nach dem Beginn des Krieges ein Gesetz gegen Fake News verabschiedet und mit Fake News werden eigentlich wahrhaftige Informationen gemeint. Deshalb ist es wichtig, dass das bei der Zivilgesellschaft beim Journalismus bleibt. Und beim Fall Lisa und ähnlichen Fällen, es gibt tatsächlich weitere Versuche, gerade russischsprachige Menschen zu mobilisieren, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Es gibt Videos, in denen gegen ukrainische Flüchtlinge geherzt wird und behauptet wird, dieses Gefühl der Bedrohung bei russischsprachigen Menschen erzeugt wird. Und da ist es tatsächlich, im Fall von Euskirchen war es wichtig, dass die Polizei zumindest ziemlich schnell eine Gegendarstellung veröffentlicht hat und die hat sich dann verbreitet. Aber es ist wichtig, dass solche Meldungen sehr schnell gesehen werden und dass man sehr schnell darauf reagiert, dass die Gegendarstellung sich schneller verbreitet, idealerweise als die Falschmeldung. Ja, vielleicht nochmal den zweiten Teil. Ich glaube, es ging ja auch um diesen Faktor, dass Kinder als mobilisierender Faktor genutzt werden. Und ich glaube, ein Beispiel, das wahrscheinlich viele von uns kennen, ist das Thema weißer Transporter, antiziganistische Mythen, die immer wieder verbreitet werden. Ich glaube, das funktioniert auf sehr ähnliche Weise. Aber weil jetzt Kinder betroffen sind, kann man da vielleicht auch nicht anders handeln? Also, ich glaube, was dahinter liegt, ist ja so ein bisschen die Frage, Kinder eignen sich besonders gut zur Emotionalisierung. Wobei man auch ehrlich sein muss, auch demokratische Politik benutzt das für andere Forderungen zur Emotionalisierung. Deswegen glaube ich, kann man das nicht verhindern im Sinne, weil der Mensch ist ein emotionales Wesen. Und wenn jetzt Frau Schwarze-Lühr-Sutte und ich Wahlkampf machen, dann ist es ja auch nicht so, dass wir nur unser Parteiprogramm vorlesen und dann sagen, so und jetzt habt ihr gute Gründe, uns zu wählen, sondern wir versuchen ja an die Emotionen der Menschen ranzukommen, um Vertrauen zu bekommen. Ja, das ist auch eine Emotion. Und deswegen wird es ja eher dann kritisch bei Desinformation, wenn diese Emotion dazu eingesetzt wird, nicht Menschen von sich zu überzeugen, sondern den Staat und die liberale Demokratie zu zerstören. Das ist ja das Problem auch an Desinformation, nicht die Desinformation an sich unbedingt, sondern zu was sie letzten Endes führt. Und das ist eben das Spannungsfeld. Ich will auch kein Wahrheitsministerium. Ich will nicht, dass der Staat definiert, was ist wahr und was ist unwahr. Das ist im Übrigen auch nicht in allen Feldern immer so einfach zu beweisen, was ist wahr und was ist unwahr. Das ist mein Mann ein gesellschaftlicher Diskussions- und Auseinandersetzungsprozess. Und deswegen wird man das nicht verhindern können, dass insbesondere mit Kindern Politik gemacht wird oder Emotionen getriggert werden bei den Leuten. Gut. An der Stelle würde ich vielen Dank sagen für eine spannende Runde und viele, viele wichtige Impulse, die, glaube ich, auch rübergekommen sind. Und danke für die Einladung auch an meine Stelle, an die Werteinitiative. Vielen, vielen Dank. Es war ein großartiges Panel. Hammer. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Einige gibt es, denen ich auch noch weiter danken möchte, nicht muss, sondern möchte von weg dem Bundesministerium bis Inneren für die Förderung unserer Organisation, dem Institut für Statistic Dialogue Germany für die Kooperation, dem Amano Hotel, wo wir sind, für eine wunderbare Gastfreundschaft, Dariel von Reis für den Ton, das ist nicht ganz einfach hier gewesen, aber es ist so, dem Team von Die Verbreiter für Bild und Licht, der Moderatorin Caroline Schwarz für eine wirklich kompetente und spannende Gesprächsführung, den Gästen auf dem Podium für ihre Teilnahme, für ihre Fachkompetenz, für ihr Engagement, was sie in ihren Bereichen, sei es politisch, wissenschaftlich, öffentlich machen. Hammer, bitte weitermachen und genauso und noch mehr. Danke, liebe Besucherinnen und Besucher im Saal, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause fürs Dabeisein. Wenn Sie mehr über die Weltinstitute wissen wollen, wenn Sie mehr von uns mitbekommen wollen, abonnieren Sie uns in den sozialen Medien, folgen Sie uns über unsere Website, Newsletter. Wir freuen uns, je mehr Kontakt wir mit Ihnen haben, desto besser ist es. Ein letzter Satz noch, jenseits der Veranstaltung, wir haben noch einen privaten Tisch oben reserviert. Wer noch hochkommen möchte, auf eigene Rechnung, kann gerne mit nach oben kommen, noch ein bisschen quatschen, wie Sie wollen. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und nochmal Ihnen vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank. Vielen Dank.